Für unsere Branche hat Swisscales eine sehr grosse Bedeutung, und zwar aus zwei Gründen. Erstens haben die jungen Polymechanikerinnen und Polymechaniker die Möglichkeit, sich im Wettbewerb zu messen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine tolle Leistungsschau, wo junge Schulabgänge die Möglichkeit haben, sich zu orientieren und hier hoffentlich eine Unterstützung bei der Berufswahl zu bekommen. Das Besondere an der Swisscales ist, dass man sich hier mit den besten messen kann. Also man konnte sich qualifizieren. Gestern war das Halbfinal und da konnte ich weiter und jetzt bin ich im Finale. Und jetzt könnte ich Schweizer Meister werden, wenn es gut läuft. Also ja, ich empfehle es jedem, der die Chance hat, kommt an Swisscales, es ist eine riesige Chance. Auch mal das Wettbewerb-Feeling kennenlernen. Und ja, also, wenn du die Möglichkeit hast, geben wir uns die Piste und kommen da und zeigen wir uns die Können. Es ist spannend, zu schauen, weil wenn man sicher noch keine Lehre hat oder so, dann sieht man die verschiedenen Berufe, was man machen kann und es ist sehr cool. Und du musst nicht zum Beispiel einen Bamm weggeben und schauen, dann wird es vielleicht erklärt und du kannst einzelne Sachen machen. Aber hier siehst du wirklich, was du wirklich machst im Berufsleben. Und das finde ich halt noch cool. Wenn man hier durch die Hallen durchläuft und sieht, wie viel und wie interessiert die jungen Leute und auch ihre Eltern oder eben die Besucherinnen und Besucher da sind, dann kann ich sagen, die ganzen Swisscales sind eines Highlights. Das Coole ist eben, es sind alle Berufe live. Es sind ja 150 Berufe hier, 80 davon Wettkampfe. Und man kann hierher kommen und sehen die Leute beim Arbeiten eigentlich. Und das ist ja perfekt, wenn ich nochmal zurückgehen als 12-Jähriger für die Berufe anzuschauen. Für mich ist es eigentlich sehr cool, mich im Wettkampfzähl zu nehmen. Es ist sehr spannend, man nimmt grosse Erfahrungen mit. Schon mit anderen Leuten, die du erst kennst, also siehe mit anderen Wettkämpfern. Einen davon kenne ich sogar aus meiner Klasse. Wir haben es sehr gut zusammen, es ist freundschaftlich und es ist eigentlich so sehr cool. Der Verband hat mich eigentlich Tipp-Topp unterstützt bis dahin. Sie haben mich immer gut gecoacht, haben mir Feedbacks gegeben und gesagt, hey look, da musst du noch ein bisschen arbeiten. Also da bin ich wirklich sehr gut und eng betreut worden.